Yo Leute, was geht? Lado-Kampfstart! Und heute ein neues Video auf unserem Kanal. Wie ihr wahrscheinlich schon sehen könnt, dreht es sich heute um einen Dezibelmesser. Die Regeln sind einfach und er erklärt es gleich. Also die Regeln sind, wir haben hier ein Dezibelmessgerät und haben hier verschiedene Sachen liegen, wie Chips, Haribo, Soletti und so weiter. Und es geht darum, wer kann was leiser aufmachen oder durchbrechen oder reinbeißen. Das werdet ihr dann eh noch sehen. Und der, der nicht am leisesten reinbeißt oder durchbricht, bekommt wieder mit der Fliegenklatsche auf die Hand. Guter Gerhard! In diesem Sinne, bevor das Video startet, lasst unbedingt ein Ehrenbruder-basischmäßiges Abo-Demo da. Und ein Like würden wir uns sehr freuen. In diesem Sinne, let's go! Wer fängt an? Schere-Stamm-Büro. Schnack-Schnuck! 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 Schnack! ấy! Hiihi-! Wir fangen an mit einer Chips-Backung! Also, dein Autos der Wert war? 95. Bruder muss groß. Die letzten Worte jeden Tag. Dein höchster Wert war? 98. Das heißt, verraten Sie nicht. Geht? Ja. Ja, bestrafung ist bestrafung. Jetzt eine Dose Red Bull aufmachen. Natürlich gesponsert. Nicht. Jetzt kommt's. Also, dein lautester Wert war, wie du schon gesagt hast, 99. Bist du dran, Carlos. Also, das war ein klarer Punkt an mich, weil er hat, ihr habt es gesehen, 107,3 gehabt. Bestrafung. Ah, Beste. Geht? Drei. 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 102,9. Ihr seht hinten, die Wohnung ist fast eingerichtet. So, jetzt eine Kerze, wer sie am leisesten anzündet. Also, dein lautester Wert war 76. Das geht. Ba-ba-ba-dam-ba-dam. Jo, Leute. Ba-ba-dam-dam. Ta-da. Oh, hell no. Halte dich fest. Dein Wert war 66. Danke, deiner. Das heißt. Schere Steinbub. Schnick-slack-schnuck. Ba-ba-dam-dam. Unter zwei. Lauter geht leider nicht. Aua. So, das beste Spiel muss los. Das nächste wird sein, dass Papier in der Mitte durchreißen. Wie ich reiße, ist egal, oder? Ja, einfach in der Mitte durch. So, dass es in der Mitte durchgerissen ist. Okay, passt. Ja, dein höchster Wert war 69,8, also aufgerundet 70 Dezibel. Das muss ich doppen. Aber man darf mit fairen Mitteln spielen, oder? Du hast auch gefaltet. Also darf ich auch in der Mitte was machen. Ja, wie du das. Ja, passt. Passt, okay. Das war erstens mal sehr, sehr schlau. Aber du wirst lachen, 69,8. Wieder das gleiche. Wieder gleich. Schere, steige, brauche ich. Hilft nichts. Schleckschlagstück. Aiuiuiu. Arbeit! So, nur zum letzten. Was haben wir? Solete oder Salzstangen in der Mitte zu brechen? Drei Stück. Aber auf einmal, nicht einmal. Auf einmal, ja? Aber in der Mitte? Ja. Ja, passt. Also dein lautester Wert war 73. So, dein Wert war 68,3. In diesem Sinne, bitteschön. Der letzte. Ja, das war's schon mit dieser Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ist mal ein anderes Video. Vielleicht machen wir nochmal etwas mit diesem Dezibelmessgerät. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Ideen habt, was wir aufmachen können oder allgemein messen können mit diesem Gerät. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Lest ein kostenfreies, ehrenbruderbasismäßiges Abonnement hier. Und ein Like, dass wir sehen, ob es euch gefallen hat. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Na doch, Ende. All right, put your hands in the ear.